Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Livestream. Ich freue mich außerordentlich und möchte mich gerne für die Einladung bedanken, die Chance, diesen Livestream machen zu können. Ich versuche, so gut wie möglich durch den Abend zu führen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ihr jederzeit im Chat fragen könnt. Ich versuche, das zu managen in irgendeiner Form. Es hat bereits dort eine kleine Umfrage und so möchte ich eigentlich bereits beginnen. Mein Name ist Bernie Herz, bin Gründer von Burnair und somit auch quasi der Ursprung von dieser Burnair-Map. Mittlerweile ist das Team natürlich grösser und darüber möchte ich ganz kurz am Anfang jetzt bereits sprechen. Und zwar, wenn wir das kurz anschauen, gegründet wurde Burnair 2012, ist also nun exakt zehn Jahre oder im November waren es zehn Jahre, ist also wirklich der Hammer. ist eine coole Geschichte, viele, viele Dinge erlebt, wirklich cool. Und zwar, der Gründungsfokus damals war, auf Prövetierte zu fokussieren, also Leute, die eben die Lizenz schon haben und nicht auf Schulung oder irgend sowas. Danach haben wir begonnen mit so Events, Tagesevents oder Weekends und Reisen, XC Camps und so weiter und so fort, Thermiktrainings und so. Also da gab es wirklich ganz, ganz viele Dinge. Und dann konnte ich auch oder habe die Chance gehabt, einige Wettkämpfe mit zu organisieren. Also einerseits mitfliegen natürlich, aber auch eben mit zu organisieren. Und so konnte ich sehr, sehr viel lernen über diese ganze Szene und freue mich bis heute, dass ich in dieser Szene tätig sein kann. Und so haben wir dann irgendwann Burn & Map gegründet, aus dem Problem heraus, dass es eben keine guten Informationen gab, sei das Fluggebietinformationen oder auch weitere Dinge, die wir heute Abend sehen. Mittlerweile sind tatsächlich 16 Entwickler dafür tätig, seit kürzestem auch Leute aus der Schweiz, also wirklich cool. Und sonst aus allen verschiedenen Ländern, alle Spezialisten in ihrem Bereich. Und dann gibt es noch zwei Leute für Support und Backoffice. Also das sind dann irgendwelche Dinge wie Buchhaltung oder Steuererklärungen oder solche Geschichten. Aber eben auch Kundensupport. Darauf komme ich dann später nochmals kurz zurück. Nun, die erste Frage, die habe ich bereits im Chat gestellt. Wie gut fliegst du Gleitschirm? Und hier haben wir jeweils eine Skala von 0 bis 10. Wir haben da in einer Masterarbeit herausgefunden, dass das unglaublich gut ist, das repräsentiert das Ganze sehr gut. Ihr könnt das gerne also in eurem Chat, im YouTube-Chat-Fenster, könnt ihr das abstimmen von 0 bis 10. Und warum fragen wir das? 0 übrigens ist gar nicht. Das hoffe ich, dass wir heute Abend niemand dabei haben. Und 10 ist dann entsprechend ein Profi. Und warum frage ich diese Frage manchmal? Und zwar darum, weil das die Verteilung ist unserer Kunden auf der Burn & Map. Also wir haben Status 1, hat die Lizenz frisch gemacht und so weiter. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ihr seht, wenn ich nun alle Zahlen nehme von 1 bis 7, sind es tatsächlich 94% aller Kunden sind zwischen Status 1 und 7. Manchmal entsteht so das Gefühl, die Burn & Map sei nur was für die Profis. Das stimmt natürlich nicht. Und damit komme ich auch schon zum ersten Teil. Und zwar, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, jederzeit gerne einfach im Chat fragen. Nun habe ich meinen Vortrag leicht umgestellt. Und zwar insofern, als dass man zu Anfang oder zu Beginn möchte ich schon mal reinen Tisch haben. Und zwar natürlich, die Burn & Map ist ein Teil oder leider ein zu grosser Teil, ist kostenlos. Es gibt aber auch das Basic und das Premium-Abo. Das Basic-Abo ist wirklich für die Basic-Dinge. Das sind zum Beispiel die Startplatzprognosen, die Wetterprognosen, Talwindsysteme, aber auch die Burn & Go-App, da komme ich dann später noch drauf zurück. Und dann im Premium, das ist wirklich, das sieht man oben fürs Thermik- und Streckenfliegen. Dort sind die Thermikprognosen drin, Streckenflugplanung, Routenwetter und so weiter, Previtems und natürlich eben auch die Burn & Go-App. Und das war es eigentlich schon für die Einführung. Und jetzt möchte ich als erstes kurz über die Bedienung sprechen. Es ist nämlich manchmal relativ schwierig zu verstehen, okay, wo stehen die Leute, haben alle wirklich die Burn & Map schon mal angeschaut oder nicht. Und so möchte ich die Chance nutzen, ganz kurz die Grundelemente der Bedienung zu zeigen. Und dafür wechsle ich direkt auf die Burn & Map. Das sieht man hier im Hintergrund. Das wichtigste Navigationselement, das findet ihr hier oben in diesem grünen Bereich. Also hier ist im Prinzip die Ansicht, da gibt es verschiedene Ansichten. Ich habe jetzt auch noch einige private Ansichten. Das kann man auch definieren, wenn man die Ansicht, die wir zur Verfügung stellen, einem nicht gefällt. Dann kann man das selbst konfigurieren. Es gibt da verschiedene Ansichten, da kann man zum Beispiel wählen zwischen Burn & Map oder Wetterprognosen, Thermikprognosen und so weiter. Das ist also der allereinfachste Einstieg. Einfach diese Ansicht wählen und dann hat man das, was man entsprechend braucht. Danach haben wir oben rechts das Menü. Hier ist einfach ein klassisches Menü. Da findet ihr Profilinformationen, Abmelden, Anmelden, auch Gruppen, eure Flüge und so weiter. Und dann finden wir hier auf der rechten Seite noch entsprechend die Basisebenen. Hier draufklicken, dann kann man zum Beispiel wählen Satellit, wenn man das gerne hätte. Oder zum Beispiel Swiss Topo gibt es ganz viele, die das gerne haben. Oder Swiss Image, wenn man ganz genau was anschauen muss. Also das für die Basiskarten. Dann dieser Knopf, der ist für die Ebenen. Und diese Ebenen, da gibt es ganz, ganz viele. Ich habe es noch nie gezählt, das wäre vielleicht mal ein Thema. Es gibt ganz, ganz viele Ebenen. Und im Prinzip ist es so, dass eine Ansicht hier oben, wenn man die wechselt, schaltet es einfach gewisse Ebenen ein. Und andere Ebenen schaltet es aus. Also das ist quasi wie ein Shortcut. Man kann aber jederzeit sagen, okay, das möchte ich genau so haben. Aber ich möchte gerne zum Beispiel noch die Live-Windwerte dazu. Würde ich hier auf Meteor gehen, Live-Windwerte einschalten. Und dann sehe ich hier die entsprechenden Windpfeile, die dann erscheinen an den verschiedenen Orten. Also so kann ich jederzeit Ebenen dazu und wegführen. Das sind eigentlich schon so die Grundlagen. Dann, auf dem Handy sieht es noch ein bisschen anders aus. Und zwar ist es dort, sieht so aus. Da hat man unten rechts noch einen entsprechenden Knopf für den Standort. Da kann man draufklicken. Und dann sieht man so dieses Menü, wo man direkt das Live-Tracking starten kann. Also ich kann dann wählen, okay, ich bin jetzt am Wandern und schalte dann auf diesen roten Knopf das Live-Tracking ein. Und jetzt habe ich unten rechts diesen roten Knopf. Wenn ich nur den Standort haben möchte, also kein Live-Tracking, dann einfach auf den blauen Knopf drücken und dann sehe ich den entsprechenden Standort. Wenn ich das nun so habe, dann zentriert auch die Karte permanent nach, bis ich manuell eingreife. Und dann hat es unten rechts diesen Knopf automatisch nachzentrieren. Das sind also so die Grundlagen der Bedienung. Nun gehen wir schon eins weiter, und zwar zu dem ersten Punkt, nämlich die entsprechenden Fluggebietsinformationen. Und das sind eigentlich so das, was Burn-a-Map begonnen hat damit. Ihr merkt schon, ich muss einen gewissen Speed vorlegen. Das ist ganz wichtig, weil wir haben ein relativ getaktetes Programm. Nun, es ist auch so, dass es Funktionen, die ich jetzt zeige, sind zum Teil sehr tiefer, sehr basic. Und dann steigere ich das wirklich, bis es eben sehr Expertenfunktionen sind. Also heute Abend ist wirklich ein Mix zwischen sehr wenig Erfahrung und sehr viel Erfahrung in der Burn-a-Map. Also, dann wechsle ich hier auf die Burn-a-Map rüber und möchte euch als erstes die entsprechenden Ansichten zeigen. Und zwar, wenn wir uns hier mal bewegen, ich denke, wir werden uns heute Abend vor allem mal im Wallis bewegen. Ich denke, das kennen viele. Da kann man entsprechend mal ranzoomen und sehen, da hat es ganz verschiedene Startplätze. Man sieht da die Startrichtung. Man sieht anhand des schwarzen Kreises ist es ein normaler Startplatz. Es gibt auch noch Hikenfly. Und wenn man dann reinzoomt, kommen dann immer mehr Startplätze hinzu. Ich sehe also so sehr, sehr schnell die entsprechenden Richtungen. Wenn ich etwas näher reinzoome, zum Beispiel hier in Gebiet Fiesch, sehe ich auch den Landeplatz genau eingezeichnet, inklusive Faltplatz, Landewolten und so weiter. Das ist also wirklich sehr, sehr einfach. Und da sind Tausende von solchen Start- und Landeplätzen eingepflegt. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich und Süddeutschland, Norditalien und so weiter. Also die Alpen sind wieder relativ gut unterwegs, bis nach Slowenien. Was wir hier auch sehen, sind so manuelle Zonen. Also zum Beispiel hier drüben eine Zone, wo man eben nur schwierig landen kann. Oder hier, das sind Hinweiszonen, wo man eben nicht so tief drüber fliegen sollte. Oder Zonen, zum Beispiel wo Parkplätze sind und so weiter. Da gibt es ganz verschiedene Arten von Zonen. Nun möchte ich euch eine erste Vorstellung machen von den Startplätzen. Und sagen wir mal, ich möchte, es ist ein Tag, sagen wir mal, Südwindtag oder so was, oder ne, Südlage oder Südwest, was auch immer. Und ich möchte heute einen grossen Streckenflug machen. Dann kann ich hier über das Ebenenmenü, kann ich direkt da oben neben den Startplätzen auf den Filter drücken. Kann dann die Startrichtung wählen, zum Beispiel Süd als Beispiel, oder Südwest, was auch immer. Und kann hier unten als Flugart grosse Streckenflüge wählen. Und jetzt gibt es hier diverse Vorschläge, wo ich starten könnte, um eben grosse Streckenflüge zu machen. Ich kann auch Dinge machen, wie zum Beispiel die Wetterlage wählen, also zum Beispiel Biese. Und dann kommen so Startplätze, die typischerweise bei Biese gut gehen. Oder ich suche ein Abendfluggebiet und möchte Dinge, eben entsprechende Startplätze, wo man am Abend noch einmal fliegen kann oder vielleicht im Talwind soren und so weiter. Da gibt es also ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, die man hier filtrieren kann. Auch nach Jahreszeit kann man sortieren. Also wenn ich zum Beispiel einen Startplatz suche, den ich auch im Winter benutzen kann, kann man hier die Jahreszeit Winter wählen. Und dann sieht man hier die entsprechenden Startplätze, wo es typischerweise im Winter eben auch geht. Das also zu diesen Filterfunktionen. Und ich denke, so kann man wirklich sehr, sehr einfach Startplätze finden. Nun, wenn wir etwas näher reinzoomen hier, nochmals Richtung Fiesch, dann sehen wir auch hier die entsprechenden Luftfahrthindernisse. Also die Kabel sind hier drin. Die sind einerseits aus der Schweiz, aber auch für Deutschland, also Süddeutschland manuell gezeichnet. Und eben für Österreich sind die auch drin. Und die können im Extremfall hoffentlich diverse Unfälle oder Probleme vermeiden. Dann haben wir an ganz verschiedensten Orten auch Lehgebiete eingezeichnet. Also Gebiete, wo es typischerweise zum Beispiel wegen dem Talwind jetzt in dem Fall überspült. Und das sind typischerweise Gebiete, wo man eben nicht tief reinfliegen sollte. Und da sind auch tausende von solchen Lehzonen sind da eingezeichnet. Ein weiterer Punkt, und das sind wir wirklich, wirklich stolz drauf. Ich blende mal alle Ebenen aus. Hier oben kann man das machen. Und blende mal nur die Talwinde ein. Und hier sehen wir schon ganz, ganz viele eingezeichnete Talwinde. Also wir haben hier die grauen Pfeile, die entsprechend ganz klassischen Talwinde. Man kann da auch draufklicken. Sieht dann hier normale Talwinde. Dann haben wir die grünen Pfeile. Das ist dort, wo es eben durch das alpine Pumpen aufsteigt. Und dann haben wir Abwindzonen. Hier in diesem Fall Gletscherabwind oder auch Abwind von den Talwinden. Und ganz neu auch Konvergenzzonen. Und da möchte ich etwas näher noch darauf eingehen, auf diese Themen. Wir haben an verschiedensten Orten, das seht ihr schon hier, solche Ease, also solche Infozonen. Und da haben wir entsprechend, zum Beispiel, ich nehme mal den Klassiker, nämlich diese Grimselschlange. Da haben wir bei den Ease noch deutlich mehr Informationen hinzugefügt. Wir sehen also hier einerseits eine gute Beschreibung. Also was ist das überhaupt? Wie entsteht das? Und man sieht manchmal auch ein Foto, oder jetzt in das ist der beste Fall natürlich, so ein animiertes Bild, wo man sieht, wie das so etwa aussieht, wenn man das gut erkennen kann. Das ist also eine Geschichte, zum Beispiel hier die Grimselschlange. Es gibt auch andere Themen. Wir gehen mal hier Richtung Westen. Da sehen wir hier diesen Montana Flush. Also wenn man hier von Fiesch zum Beispiel weiter Richtung Westen fliegen will, dann ist natürlich immer die grosse Frage, wie quert man hier? Da komme ich dann später nochmals darauf zurück. Aber hier sind die verschiedenen Strömungen. Auch da ist das beschrieben. Man sieht das mit den entsprechenden Fotos. Also wirklich, wirklich cool. Dann, wie gesagt, ganz neu. Und das sind noch nicht so viele Zonen erfasst. Aber zum Beispiel hier diese Zone. Ich denke, das kennt ihr als Streckenflieger, dass man hier den Grimseler hat und hier den Talwind. Und die sind quasi so ein bisschen Gegenspieler zueinander. Und dann gibt es irgendwo hier typischerweise eine Konvergenz. Auch da haben wir wirklich eine tolle Erklärung, wie das sich verschiebt. Beziehungsweise in dem Fall sogar, wie man erkennen kann, wo die entsprechende Konvergenz im Moment gerade liegt. Also das ist wirklich cool mit diesen Talwindsystemen und diesen lokalen Phänomenen, die wir hier eingetragen haben. Michael Siegel hat gefragt, wie werden diese Leezonen eruiert? Das ist natürlich ein grosses Thema. Wir diskutieren ganz, ganz oft. Und das ist eine wunderbare Überleitung auch zur nächsten Folie. Wir haben hier eine Möglichkeit gefunden, eben mit verschiedenen lokalen Leuten zu sprechen. Wir haben einerseits natürlich die Flugschulen, mit denen wir häufig sprechen. Wir haben auch diese Locals, wie wir das nennen. Also eben Leute, die dort wohnen oder die seit Jahren dort fliegen und typischerweise diese Ecken kennen, die eben nicht so gut sind. Immer vorausgesetzt, das ist eine Standardsituation. Es gibt natürlich Situationen, da stimmt das nicht. Aber so einem Standardtag, dort sind sie an dem. Oder Analysen, also wenn wir zum Beispiel viele Flüge, das machen wir fast jeden Tag, Flüge analysieren. Und dann sehen wir auch, wo da entsprechende Zonen sind. Wir haben da auch grosse, flächige Flüge schon analysiert. Und genau. Und das Letzte ist natürlich, das Ganze persönlich zu besuchen. Und eben dort dann herauszufinden, wo das ist mit den Gesprächen und so weiter. Wir sehen hier unten auch ein neues Projekt, das wir im November eigentlich gestartet haben. Die Burner Locals. Das sind Piloten, verschiedene Piloten oder Pilotinnen, mit denen wir sprechen. Das ist jetzt ein Auszug von fünf. Da kommen noch deutlich mehr dazu. Und es waren auch schon viel mehr. Das sind verschiedene Leute, die ihre Gebiete wirklich sehr, sehr gut kennen. Und dieses Wissen fließt eben dann in die Burner Map ein. Vielen Dank für diese Frage. Nun gehen wir schon eins weiter. Das war also die Fluggebietsinfos. Und jetzt kommen wir bereits in den Bereich Startplatzprognosen oder eben Wetter. Und mir ist bewusst, hier geht es eher ums XC-Fliegen. Und trotzdem muss ich hier jetzt die Grundlagen legen, dieser Denkweise innerhalb von Burner. Und zwar haben wir Folgendes gemacht. Wir haben hier, wenn man auf der Burner Map ist und auf einen Startplatz klickt, zum Beispiel hier, dann haben wir, ich nehme mal den Tag heute, dann haben wir hier eine Startplatzprognose. Diese Prognose ist einerseits sehr, sehr einfach, sie ist aber andererseits sehr, sehr komplex. Und zwar, sie ist komplex vom Modell her, aber sie ist einfach, aus unserer Sicht einfach aufbereitet. Ich möchte euch die kurz zeigen. Wir haben einerseits hier oben die Uhrzeit, in Lokalzeit. Dann haben wir hier, wir nennen das immer Mickey Mouse Icon, also entsprechende Wetter. Icon, ein relativ einfaches Icon. Dann haben wir in dieser Zone die verschiedenen Wolken, also hoch, da wo der Daumen ist, mittel und tief. Die sind dann entsprechend des Bewölkungsgrades, also ein Achtel, zwei Achtel, drei Achtel und so weiter, sind die eingefärbt. Also zum Beispiel hier drüben sieht man dann, ist es ein Achtachtel. Und bei unseren Charts ist es so, man kann jederzeit mit der Maus oder auch am Handy einfach drauf tippen und dann wird erklärt, was das genau ist und was das jetzt in dem Fall für Wolkengattungen sind, wie viel Achtel das ist und so weiter. Und dann kommen wir gleich zum Hauptteil und zwar dieser Bereich hier. Da haben wir auf der Y-Achse die Höhe, also hier beginnt es bei 2,4 zum Beispiel, 3,000, 3,5 und so weiter oder 2,5. Und dann auf dieser Achse, wie gesagt, die Zeit und hier sehen wir den Wind. Den Wind über den Tagesverlauf, über die gesamte Höhe. Und das an sich war für mich schon wirklich der Hammer. Weil normalerweise, wie man heute so Wetterprognosen macht, man schaut irgendeinen Chart an, 2,000 Meter Chart und dann sieht man irgendwie, wie der Wind grundsätzlich fliesst. Aber wenn wir irgendwo Scherungen haben oder zunehmenden Wind, dann weiss ich einfach, auf 3,000 hat es mehr und auf 2,000 hat es weniger. Aber wo wird es mehr oder wie viel mehr und so weiter, wie ist dieser Gradient, der Windgradient, das ist sehr, sehr schwierig herauszufinden. Und das sieht man hier sehr, sehr einfach aus unserer Sicht. Ich zeige dann gleich noch die Farbcodierung. Das ist so das eine. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir jetzt hier in dem Fall, dass im Tagesverlauf, das ist jetzt heute, ist natürlich nicht ein guter Flugtag gewesen, aber was wir sehen, ist, dass der Wind stetig zunimmt im Tagesverlauf und so ab 13 Uhr wirklich aggressive Farben hat. Also schwarz ist eigentlich das Schlimmste in dem Sinne. Was wir hier auch sehen, ist die Bewölkung. Hier haben wir eine Einachtelbewölkung, hier drüben nachher acht Achtel. Ich gehe mal schnell auf einen anderen Tag. Hier sehen wir das auch sehr, sehr schön. Also zum Beispiel jetzt hier, das wäre für Mittwoch. Da sehen wir, okay, wir haben hier viel Bewölkung, wenig Wind, sanfter Westwind, oben etwas mehr, aber das ist im Rahmen auf jeden Fall eine Bewölkung. Das heisst, das ist unser Hauptproblem für den Mittwoch. Weiter unten sehen wir noch die Windrichtung, den Wind in Kilometer pro Stunde und die Böen. Und da gibt es etwas ganz Wichtiges dazu zu sagen. Und zwar, ich nehme mal schnell Riederalp als ein anderes Beispiel. Wenn wir uns hier das etwas genauer anschauen, dann haben wir hier in diesem Chart eine gelbe Linie. Und zwar ein Wettermodell, wenn ihr zum Beispiel ein 10 Meter nehmt, also die 10 Meter Höhe Wind. Dann haben wir bei den klassischen Wettermodellen, und wir verwenden Icon D2, das 2 Kilometer Rasterweite, haben wir den entsprechenden Wind auf 10 Meter dieser Modellhöhe. Und die Modellhöhen, das ist immer, sagen wir, es ist ein Quadrat. Es ist kein Quadrat, aber sagen wir mal, der Einfachheit hat, wir haben dieses Quadrat, 2 mal 2 Kilometer, und wir haben eine Höhe, die dieses Quadrat repräsentiert. Es ist also, sagen wir mal, eine gemittelte Höhe. Und wenn wir jetzt diese Höhe nehmen, wie gesagt, es ist gemittelt, dann kann das in den Bergen signifikant tiefer und manchmal selten auch höher sein, als der entsprechende Startplatz. Und das sehen wir sehr gut an diesem Beispiel Riederalp. Wir sehen hier auf dieser Seite, die Modellhöhe ist 1400. Der Startplatz ist aber auf 1009, oder in vier Jahren ist es sogar noch höher. Und jetzt sehen wir, das sind ein paar hundert Meter Unterschied. Und wir zeichnen hier diese gelbe Linie, die hier ist, zeichnen wir ein, um zu zeigen, wo ist der Startplatz. Aber wir stoppen nicht damit, sondern wir zeigen den Wind hier unten, in diesem Bereich, den zeigen wir auf dieser Höhe. Das heisst, die Richtung und der Mittelwind, die stimmen auf die Startplatzhöhe. Wir suchen also, was ist das Nächste und zeichnen entsprechend diese Höhe. Die Böen, die sind entsprechend vom Boden und ich zeige euch nachher noch ein kleines oder eben grosses Detail, das da noch dazukommt. Und ich glaube, so gibt es wirklich eine Hammeransicht, wo man versteht, okay, so wird sich das Wetter entwickeln. Das sind also diese Startplatzprognosen. Jetzt möchte ich schnell rübergehen hier und euch die Farbkodierung erklären. Und zwar, wenn man das anschaut, wir haben Weiss, Grün, Gelb, Orange, Rot und Schwarz. Weiss ist schwach, 0 bis 6 kmh. Wir schauen im Moment nur auf den Mittelwind. Grün, spürbar, 7 bis 14. Dann haben wir Gelb, 15 bis 24. Dann haben wir 25 bis 30 und so weiter. Die Böen haben eine andere Zahlenskala. Also wir haben dort bei den Böen, haben wir eben ein 0 bis 14. Der Grund dafür ist ein Pfeil, der weiss ist, der soll einfach Schwachwind zeigen. Und die Böen, die dürfen ja etwas stärker sein und trotzdem ist es immer noch schwach. Jetzt haben wir uns hier etwas ausgedacht. Das ist schon länger so und wenn ihr das verstanden habt, dann seht ihr ganz, ganz viele Dinge in der Burnham-Map. Sehr, sehr einfach. Und zwar haben wir ein Konzept, dass ein Windpfeil hat immer eine Fläche und einen Rand. Die Fläche zeigt den Mittelwind und der Rand zeigt die Böen. Das gibt dann folgende entsprechende Pfeile. Wir haben hier einen Pfeil, der ist zum Beispiel 3 auf 4. Also 3 kmh Mittelwind, 4 kmh Böen. Ist also weiss, weiss. Dann haben wir hier zum Beispiel 28 kmh Mittelwind und 39 kmh Böen. Und das gibt dann Orange-Rot. Dann ein weiteres Beispiel, zum Beispiel 14,26. Also Mittelwind ist gerade noch so okay und 26 Böen ist dann schon deutlich spürbar. Und dann das letzte noch, wäre dann Schwarz-Schwarz, 55,71. Und wenn ihr euch jetzt diese Farben anschaut hier vom Mittelwind und Böen, dann seht ihr ziemlich schnell, dass ihr eben so bis 15, also bis entsprechend gelb, könnt ihr euch noch ohne Probleme bewegen. Das ist ein normaler Tag oder das kann durchaus mal sein. Dann wird es Orange-Rot und Schwarz ist typischerweise dann nicht mehr so optimal. Es lohnt sich übrigens hier allenfalls mal kurz einen Screenshot zu machen oder mit dem Handy eine entsprechende Aufnahme, weil wir das immer wieder gefragt werden. Gut, wenn wir uns das also kurz anschauen, diese Startplatzprognosen, dann haben wir entsprechend hier den Wind. Wir haben gesehen die Richtung, die Mittelwind, die Böen, die Bewölkung, der Regen ist zu sehen. Auch die Basis, das habe ich vielleicht noch vergessen, hier zu zeigen. Und zwar, ups, Entschuldigung, hier drüben. Ich gehe schnell hier zurück. Diese braune oder diese graue Linie entsprechend wäre die Basis. Das ist immer von unten hoch gerechnet. Das heisst, wenn ihr da zum Beispiel einen Punkt im Tal habt oder weit im Tal, dann kann es natürlich über dem Terrain noch entsprechend höher sein. Dann haben wir jetzt mal diese Startplatzprognosen angeschaut. Und seit Herbst 2022 ist das für alle Startplätze verfügbar. Jetzt kommt aber etwas, was ich bisher nicht erklärt habe. Und das ist wirklich eine geniale Geschichte. Und wir haben uns da sehr, sehr viel Mühe gegeben, das zu machen. Und zwar kam immer wieder das Thema auf, okay, jetzt habe ich einen Punkt, Startplatzpunkt, aber ich weiss ja nicht, was drumherum passiert. Und das stimmt natürlich, wenn ich Startplätze habe, die zum Beispiel in einer Föhnschneise liegen, aber im Lee, habe ich dort vielleicht weniger Wind oder fast kein Wind. Aber direkt daneben habe ich sehr, sehr viel Wind. Und dieses Thema haben wir gelöst mit diesem, wir nennen das magisches Auge. Und ich möchte euch kurz erklären, wie das funktioniert. Und zwar, wenn wir anschauen, wie normalerweise Modelle funktionieren, haben wir hier den Mittelwind auf 1000 Meter. Danach haben wir zum Beispiel auf 1523 den Startplatz und da ziehen wir eben diese gelbe Linie. So weit, so gut. Das habe ich schon versucht zu erklären. Dann sehen wir die entsprechende Höhe. Also wir sehen jetzt, wir schauen den Wind über die gesamte Höhe an. So weit habe ich das erklärt. Und jetzt kommt aber noch Folgendes dazu, nämlich, wir schauen auch alle Punkte in der Umgebung an. Und so ist es wirklich der Hammer. Man kann sehr, sehr schnell sehen, wie sich das entwickelt. Ich gehe schnell zurück hier. Und zwar, wenn wir hier beim Wind schauen, zum Beispiel, haben wir hier einen Pfeil, bei meinem Daumen, der gelb ist innen und orange außen. Ich habe es schon gelernt, mit den Farben umzugehen. Das bedeutet, der Mittelwind in dieser Rechenzelle ist eben gelb. Also man kann da drüber fahren, jederzeit sieht den Wind. Zum Beispiel 24, aber drumherum gibt es irgendeine Zelle, die deutlich mehr Wind hat. Und so ist es wirklich sehr einfach zu erkennen, ich gehe hier zurück, dass wir hier in den Nachbarzellen, zum Beispiel Riederalp, relativ viel Wind haben. Oder auch gehen wir mal auf Dienstag, da haben wir oben relativ viel Nordwestwind. Vielleicht nicht zwingend, direkt am Startplatz, aber direkt in der unmittelbaren Nähe haben wir sehr viel Wind. Und so, wenn wir das anschauen, dann sind wir schon relativ gut dabei, finde ich. Ich habe euch hier ein paar Beispiele vorbereitet. Und zwar hier von einem Tag beim Grab St. John von Flims. Hier sieht man sehr gut, ich hoffe, man kann es einigermassen erkennen, wir haben hier den Nordwestwind. Am Startplatz an sich ist es ganz schwacher Wind, eigentlich Ost, aber kurz drüber zieht der drüber, der Nordwestwind. Und das sieht man sehr, sehr gut anhand von dieser Grafik. Wirklich super. Also das heisst, wir sehen hier anhand von dieser Grafik einfach, wie ist der Windgradient in dieser Nähe. Ein weiteres Beispiel, hier Mornera, ein anderer Tag. Hier sehen wir, dass in diesem Bereich sehr, sehr schwachwindig ist. Wir haben hier einige Böen, da komme ich dann noch drauf. Das ist also ein perfekter Aufwind in dieser Zone. Wenn man aber auf die Startplatzprognose klickt, dann sieht man sofort, oh, hier unten habe ich ein bisschen quasi Südwind, also Aufwind, aber direkt drüber habe ich massiv entsprechend Nordwind. Und so kann man durch den einen Klick auf Mornera erkennen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und konkret ist das natürlich Nordfön. Also soviel wirklich zum Thema. Ich bin da sehr happy drüber. Das ist ein sehr, sehr einfaches Tool, finde ich, um Startplatzprognosen anzuschauen. Eine weitere Frage kam. Von allen kann man auch ein anderes Modell wählen? Nein, wir setzen ganz spezifisch auf das Icon-Modell und nicht andere. Wir glauben, dass das im Moment wirklich das Beste ist, das für uns so zur Verfügung steht in dem Sinne. Und ich persönlich bin auch der Meinung, man sollte sich auf ein Modell fokussieren und die Vor- und Nachteile oder die Eigenheiten dieses Modells kennen. Und dann kann man viel besser planen, als wenn man jedes Mal ganz viele Modelle anschaut. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und so können wir schon weitergehen zu einem nächsten Schritt. Und zwar zum Thema Live-Wetter. Live-Wetter ist ganz ein wichtiges Thema. Ich gehe mal direkt wieder in die Burn-A-Map zurück. Live-Wetter wählt man einfach, indem man hier die Ansicht wechselt. Auf Live-Wetter. Und dann sieht man hier sofort einerseits den Radar, der animiert ist. Das ist ein sogenannter Euratcom-Radar. Das ist ein Radar, der auch für die Luftfahrt zugelassen ist. Wichtig zu wissen, dass Blau nicht zwingend Regen bedeutet. Das kann auch starke Konvektion sein. Oder auch Böenfronten, sogenannte Squall-Lines sieht man hier. Der ist relativ sensitiv, dieser Radar. Dann sehen wir in diesem Bereich, ich zoome mal hier etwas rein, die verschiedenen Windstationen. Also wir haben hier Windstationen. Und die kann man sehen. Man sieht auch wieder genau dasselbe Farbmuster. Wenn ich jetzt möchte, zum Beispiel, dass der Radar weg ist, dann kann ich hier einfach die Ebene Radar ausblenden. Und habe so nur noch die entsprechenden Windwerte. Ich sehe also hier wieder auch gelb innen, schwarz aussen. Gibt dann 1846. Oder hier unten 1919, 1321. Und so kann man sehr, sehr einfach diese Winde sehen. Und zwar live, plus minus live. So gut, wie es auch geht. Es ist allerdings so, dass wir die Windwerte nach einer Stunde, wenn sie nicht aktualisiert werden, rausnehmen. Das heisst, dass wir keine Verwirrung haben, dass wir irgendwelche uralten Werte da drin hätten. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich drauf zu klicken und dann zu sehen, wie der Windverlauf ist über die Zeit. Auch da findet ihr wieder genau dieselben Farben mit dem Weiss, Grün, Gelb, Rot und Orange, Rot, Schwarz. Also genau dieselben. Ihr seht die Aktualisierungszeit und so weiter. Also das sind wirklich ganz einfache Varianten, um den Live-Wind zu sehen. Man sieht auch die Live-Druckdifferenzen. Das sind diese Pfeile hier, oder Föhn, wie man das nennen möchte, sind auch angeschrieben. In die verschiedenen Richtungen, wie sind die Druckdifferenzen. Also zum Beispiel 8 Hektar Pascal oder über 8 ist dann schwarz. Rot ist dann 4 Hektar Pascal und dann geht es runter, gelb oder grün oder weiss sogar, wenn es praktisch keine Differenz hat. Also hier sehen wir, da ist jetzt im Moment noch nicht so viel los. Das kommt wahrscheinlich dann erst in Kürze. Das sind also so die verschiedenen Themen. Wir arbeiten hier mit ganz verschiedenen Wetterdiensten zusammen, sind auch permanent dran, mit irgendwelchen Ländern oder auch Regionen zu verhandeln, irgendwelchen Lawinen, Warndiensten und so weiter, damit wir möglichst viele dieser Windwerte nehmen oder anzeigen können und euch zur Verfügung stellen. Wichtig ist übrigens auch, dass diese Windwerte natürlich auch über das Farnet-Netzwerk herausgegeben werden. Das ist nicht das Thema heute Abend, aber so erreicht es auch die Farnet-Geräte, sieht man den entsprechenden Wind an den verschiedenen Ecken. Ich bin also im Schnellzugstempo unterwegs, Live-Wetter war das. Das nächste ist das Thema Lufträume und hier beginne ich dann etwas langsamer zu werden, vor allem weil wir dort wirklich was Cooles zeigen können. Das ist etwas, das wir neu entwickelt haben und Ende letztes Jahr neu released haben, ist quasi die zweite Version. Lufträume findet man ganz einfach. Man geht auch wieder in die Ansicht hier oben, geht dann auf den Punkt Luftraum und dann findet man eigentlich schon alle diese Lufträume. Wir haben hier die ganz verschiedenen Lufträume, die sind entsprechend eingezeichnet bzw. sind auch eingefärbt in bekannten Farben, hoffe ich zumindest. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, dann drauf zu klicken auf einen Luftraum, das wäre zum Beispiel R3 und dann die Information zu diesem Luftraum zu sehen. Zusätzlich ist hier gerade für die Schweiz sehr, sehr relevant, die entsprechenden Beschreibungen der Lufträume drin, also was ist das genau, was bedeutet das für uns, hier unten auch die Bedeutung und woher kommen diese Lufträume. Grundsätzlich kommen die Lufträume vom airspace.x-Contest, das heisst wir nehmen diese, das ist ein generelles Agreement unter den verschiedensten Herstellern, dass alle dieselben Grunddaten verwenden und dann einfach optisch das unterschiedlich darstellen können. Was wir hier auch schon sehen, sind die Aktivierungszeiten, also zum Beispiel wird am Morgen von 8.45 bis 9.25 Lokalzeit aktiviert und das zeigt es auch in die Zukunft, wenn wir also solche Infos haben über Notam, dann zeigen wir das hier an. Auch da gibt es ganz verschiedene Varianten, man kann dann da reinzoomen, man kann sehen zum Beispiel, okay das ist ein TMA, der geht von 1150 bis 359 und so weiter. Man kann hier sich wirklich richtig toll und einfach informieren. Ich bin da also sehr happy mit dieser Luftraumansicht, auch wenn zum Beispiel ein Notam rauskommt, dann ist das auch hier drin. Wir versuchen es zumindest, sofern irgend möglich. Und zwar ist es so, wenn man hier auf die klassische Ansicht von BurnerMap geht, dann haben wir die Notams jetzt heute Abend, die morgen gültig sein werden, bereits drin. Also zum Beispiel hier kann man draufklicken, R15 Entleburch ist morgen aktiv, auch übermorgen und so weiter. Und so kann man sich sehr, sehr einfach einen Überblick verschaffen am Vorabend, bevor man fliegen geht. Einfach noch einen kurzen Blick auf diese Karte werfen und dann hat man schon viele Infos. Sollte natürlich den Gang zum Dubs nicht ersetzen, wir wissen aber aus Erfahrung, dass das viele vergessen. Und das sollte man machen, ist ganz klar, wir versuchen hier noch einen zweiten Anker zu setzen, sodass man eben wirklich informiert in den Tag reingeht. Auch Danger-Zonen sind da drin, also da sind eigentlich alle Luftrauminformationen drin. Und jetzt möchte ich etwas zeigen, was ich wirklich, wirklich stolz drauf bin, weil Lufträume anzeigen, das ist bei uns schon richtig schön und einfach. Man sieht sehr gut, wie das funktioniert und man sieht sehr gut, wie es aussieht, man kann sich orientieren. Aber manchmal ist es nicht so einfach zu verstehen, wie ist die vertikale Struktur. Und hier haben wir ein neues Tool entwickelt. Und zwar kann man hier auf die Ebenen gehen und dann in Richtung Luftraum, das ist hier unten, und kann hier den sogenannten Luftraumfinger aktivieren. Jetzt kann man diesen Finger irgendwo hinziehen. Ups, erwischen sollten wir ihn noch. Irgendwo hinziehen und dann zeigt es die vertikale Struktur an diesem Punkt an. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel rangehe, dann kann man sagen, der Boden hier, wo ich jetzt das hingezogen habe, ist auf 1197. Und CTA, Mil-On, würde beginnen bei 3950, jetzt im Moment ist Mil-Off, und dann drüber ist entsprechend der Airway und dann kommt CTA. Wenn ich das dann rüberziehe, zum Beispiel hier, dann sehe ich, okay, hier wäre ich im LSR 8 Damastock drin. Das ist grün, rot gestreift, heisst aktuell nicht aktiv, und drüber ist eben Mil-On wieder und so weiter. Wenn ich dann aktive Zonen habe, wird das rot. Das haben wir jetzt im Moment nicht. Das heisst, es wird dann einfach genauso rot. Plus, wenn ich ein HX-Gebiet habe, in dem Fall hier, dann gibt es so einen Punkt, so einen roten Punkt mit einem roten Rand, und dann heisst das, man muss sich selbstständig informieren. Des Weiteren, wenn man diesen Luftraumfinger zum Beispiel ein paar Stunden vor dem Flug nutzt, dann ist es auch so, dass hier die Lufträume, die in den nächsten vier Stunden reinkommen, entsprechend angezeigt werden, mit so einem Ure-Icon. Also das heisst, dieser Luftraum wird dann in naher Zukunft aktiviert. Und so kann ich wirklich sehr, sehr einfach die verschiedensten Ecken versuchen zu analysieren, dort in die verschiedenen Ecken gehen. Und wir haben uns hier auch einen Punkt gesetzt, wenn wir es schaffen, diesen Luftraum hier vertikal sauber darzustellen, dann funktioniert es. Und das hat viel Arbeit gekostet, aber jetzt sieht man sehr gut, wie die Struktur hier ist im Zürich-Oberland. Und das, denke ich, ist wirklich eine Knacknuss, das so darzustellen, dass es noch lesbar ist, weil das sehr eine komplexe Struktur ist. Das ist also der Luftraumfinger. Marc hat noch gefragt, was ist mit Not-Shown-on-Dubbs-Chart-Side? Ja, tendenziell zeigen wir das an. Wie gesagt, das ersetzt das Dubs grundsätzlich nicht. Es gibt auch Dinge, wie zum Beispiel aktuell ist ein Eintrag drin bezüglich Nachtflügen. Dieser wird ignoriert, weil das betrifft dann die ganze Schweiz und hat dann einen riesen Block drin. Das ist ignoriert, aber grundsätzlich ist es Not-Dum und alles, was im Not-Dum ist, sollte theoretisch drin sein. Was man sagen kann, ist manchmal gibt es im Not-Dum bzw. im Dubs Erleichterungen. Also sie schreiben dann irgendwie, es gibt einen Radius von zwei nautischen Meilen zum Beispiel, aber der geht nördlich nur bis zur Autobahn. Und das ist natürlich bis heute nicht möglich, das textuell dann zu filtern. Das heisst, bei uns wird es dann einen Kreis anzeigen. Dann möchte ich euch noch ein paar Themen zeigen im Bereich der Highlights. Eben, wir haben schon gesagt, es ist wirklich verständlich. Ich finde, es macht wirklich fast Freude, mit Lufträumen zu arbeiten, auch Not-Dums zu sehen, dieser Luftraumfinger. Was wir noch gemacht haben, ist einerseits diese Aktivierungszustände, das habe ich euch schon gezeigt. Aber, was wir zusätzlich noch gemacht haben, das war für mich immer so ein Problem, wenn wir zum Beispiel hier unten im Tessin auf die CTR klicken, dann ist direkt hier beim Statusabfragen die Telefonnummer drin. Man kann direkt draufklicken und kommt dann auf das entsprechende Infoband. Und so, denke ich, sollte es einigermassen einfach sein, diesen Aktivierungszustand dann abzufragen. Das also zum Thema Lufträume. Nun geht es schon weiter, und zwar in den Bereich Wetterprognosen. Und da, denke ich, werden wir etwas länger Zeit verweilen, etwas noch tiefer gehen, weil das sind spannende Geschichten bezüglich der Streckenflugvorbereitung. Wir gehen mal wieder rüber, hier zurück. Gut. Wir wechseln hier oben auf Wetterprognose und haben jetzt die erste Ansicht, wir haben einerseits da unten die entsprechenden Tage, also heute, morgen, übermorgen und so weiter. Ab einem gewissen Punkt am Abend wechselt es dann automatisch auf morgen. Dann haben wir unten die Uhrzeiten, also zum Beispiel haben wir hier jetzt die verschiedenen Fixzeiten. Wir haben uns hier ganz bewusst gegen einen Slider entschieden, weil der Slider ist einfach auf dem Mobiltelefon oft nicht sehr gut zu nutzen. Wir haben auch schon das Gerücht gehört, dass Burn-On nur drei Zeitpunkte angibt bei den Wetterprognosen. Das ist natürlich nicht richtig, sondern man kann hier einfach sehr schnell auf die Zahl drücken und dann über die Pfeile auf die Zwischenzeiten. Also wir sehen auch hier 13 Uhr zum Beispiel, 14 Uhr und so weiter. Und jetzt möchte ich euch kurz zeigen, was da hinter diesen Prognosen steckt. Wir haben auf 10 Meter über Grund, haben wir hier die entsprechenden Mittelwinde. Das sind diese Farbflächen hier. Und ihr kennt ja jetzt schon die Pfeile, ihr seht schon gelb-schwarz. Wir haben nämlich hier die Böen ebenfalls mit reingenommen. Das heisst, man sieht sofort, dass hier irgendwas nicht stimmt. Natürlich, ihr wisst sofort, das ist Nordfön. Wir haben aber einerseits diese Mittelwinde, also Rot, Gelb und zweiter Orange hier in der Mitte, dann schwarz, die Böen. Und wenn die Böen ein gewisses Limit überschreiten, kommen sogar noch diese Warn-Dreiecke. Und so sollte es halt möglichst nicht passieren, dass Leute sich irgendwo schlecht informieren, sondern einfach standardmässig, wenn man auf Wetterprognosen klickt, hat man direkt diese Ansicht, wo man den Wind sieht, den Mittelwind und die smarten Böen-Prognose. Man kann dann jederzeit reinzoomen, das habt ihr schon gesehen. Man sieht dann die Auflösung übrigens des Modells, das ist genau so, wie es aufgelöst ist, effektiv, plus Mittelwind und Böen, also 22,85. Und so weiss ich, morgen muss ich jetzt hier nicht zwingend fliegen gehen. Schauen wir zurück nach heute. Auch heute kann man sagen, okay, am Boden zum Beispiel hat es relativ wenig Wind gehabt. Wir haben hier etwas Nord- oder Nordwest über den Alpenhauptkamm. Und wenn wir etwas Richtung Norden gehen, sehen wir auch sofort die starke Bewölkung. Das ist also alles auf dieser einen Karte. Wir sehen die starke Bewölkung, wir sehen noch den Regen hier. Also so kann man sich unglaublich schnell einen sehr einfachen Überblick verschaffen. Ich mache euch das mal kurz. Sagen wir mal, wir gehen heute, morgen, übermorgen, Donnerstag, Freitag. Und ich denke, ihr habt jetzt schon die Flugtage gesehen. Also das ist eigentlich wirklich das Thema, das ist so einfach und so schnell sein wie möglich, um sich zu informieren. Auf anderen Portalen muss man dann die verschiedenen Layers zusammenschalten, dann vergisst man die Böen etc. Und das macht das Ganze etwas schwieriger aus meiner Sicht. Darum haben wir das hier wirklich sehr, sehr einfach gelöst. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt die Wolken gesehen, das passt, ich möchte die Wolken nicht, kann man einfach hier oben ausblenden. Dann sieht man auch wieder hier die Farben mit dem starken Südwestwind jetzt von heute zum Beispiel, sieht die Farben hier und kann sich sehr, sehr gut vorbereiten. Natürlich gibt es auch andere Höhen bezüglich Wind, also ich kann zum Beispiel 250 Meter über Grund, das ist aus unserer Sicht eine sehr relevante Höhe, weil oftmals hat man in den Modellen 800 Meter zum Beispiel. Aber 800 Meter ist dann häufig schon deutlich zu stark. Manchmal will man auch einfach abgleiten, aber in 250 Meter über Grund kommt man sehr, sehr schnell rein. Also hier haben wir auch wieder genau dieselben Farben, 250 Meter über Grund. Dann 1500 und da sind wir richtig stolz auf die Terrain-Schattierung. Also ihr seht, alles was über 1500 ist, ist so grau und so lassen sich halt Strömungen unglaublich schön erkennen. Auch 2000 Meter. Wir sehen auch hier den Abfluss vom quasi Nordfön, unglaublich schön mit den starken Vererbungen. Wie gesagt, für uns wäre transparent, optimal. Und dann geht es in Richtung Grün, auch noch okay, Gelb, Orange, Rot, Schwarz. Also relativ schnell sieht man hier, okay, ist vielleicht jetzt im Tessin nicht ein guter Flugtag. Das funktioniert bei 3000 und 4000 mit den entsprechenden Bereichen, die ausgeschnitten sind auf dieser Höhe. Dann nochmals kurz zurück und zwar zu den Wolken. Weil hier haben wir nämlich noch etwas gebaut, was wir wirklich cool finden. Und zwar manchmal stellt sich die Frage bei der Bewölkung, wie sieht es aus, ist ein Berg in den Wolken oder nicht. Und da haben wir was gebaut und zwar, ihr seht hier diese Schraffierung. Und wenn wir diese Schraffierung haben, dann ist der Berg in den Wolken. Und das stimmt häufig sehr, sehr gut. Also häufig sind wir da 100 Meter oder sowas daneben. Das heisst, dieser Bereich ist in den Wolken und drunter könnte man zum Beispiel rausgleiten. Wenn ich also einen Hikenfly oder sowas machen möchte, ob jetzt das geht hier oder nicht, ist eine andere Frage, aber ich könnte jetzt hier hochgehen und sagen, okay, die Fläche müsste draussen sein, dann kann ich entsprechend rausgleiten. Regen hat es auch keins. Wind, wie gesagt, habe ich jetzt nicht angeschaut. Also insofern, das sind wirklich coole Geschichten. Also diese Schattierung des entsprechenden Geländes. Das also zu den quasi zweidimensionalen, wenn man so will, Wetterprognosen. Das ist, denke ich, wirklich eine coole und sehr, sehr einfache Sache. Und jetzt wird es komplexer. Jetzt steigen wir noch etwas ein in die Materie. Ich gehe mal nochmal schnell zurück auf die Wetterprognose. Und zwar, manchmal ist es spannend, nehmen wir mal hier Dessin für heute, manchmal ist es spannend, die vertikale Schichtung, also einerseits Wind, aber auch die Temperaturgradienten zu sehen an einem bestimmten Ort. Und da haben wir die sogenannten Previtemps eingeführt. Und viele Leute von euch kennen sicher das Emagram oder die Previtemps von der SAV-Seite. Und für uns war das immer so ein Thema, die waren immer schwierig zu lesen. Da muss man immer einen Kurs machen. Und man kann jetzt hier auf diese blauen Punkte klicken. Das ist ein Previtemps-Punkt. Dann wird dieses Previtemps für heute generiert. Man sieht hier genau wieder wie vorher, also wenn ihr das einmal so im Grundsatz verstanden habt, hier die Y-Achse, hier oben die Wolken, Mickey-Maus-Wetter, die entsprechende Wind am Boden in dem Fall, plus die Basis und den Wind, die Windstärke. Und das ist wirklich der Hammer. Also man weiss so, oder man kann so irgendwo an einem Tal klicken und kann schauen, wie dort der Wind entsprechend fliesst oder auf welcher Höhe es wirklich zu stark wird. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mal schauen, kann ich von Gotthard vielleicht noch fliegen oder so, dann könnte ich so den Previtemp anschauen. Nebst natürlich den Startplatzprognosen irgendeinen von denen und kann dann sehen, okay, es gibt einen starken Wind irgendwo in dieser oder dieser Schicht. Selbstverständlich das Ganze auch mit den Wolken. Wir haben jetzt natürlich Nordfön, das heisst, da gibt es keine Wolken, aber hier sieht man die Wolken sehr gut. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, eben hier die Wolken zu sehen oder hier die entsprechende Schichtbewölkung. Im Hintergrund, das habt ihr schon gesehen, gibt es so Blautöne oder auch Fiel- oder Rosatöne. Das ist der Temperaturgradient. Also wenn man sich vorstellt, das Emagramm, wir haben jetzt hier auf der linken Seite, haben wir diese Rosatöne. Das ist also eine stabile Schichtung. Dann haben wir drüber eine einigermassen, also eine schwach-labile Schichtung und dann eine gute Schichtung für ein paar hundert Meter. Ein guter Tag, und das ist wahrscheinlich schwierig zu schauen, das zum Beispiel ist ein Tag, der ist wahrscheinlich etwas, also das ist natürlich das Nordfön, aber der wäre thermisch etwas aktiv, weil wir haben hier immer wieder überradiabatische Schichten, das sind diese blauen, dunkelblauen Zonen. Ein richtig guter Tag ist unten dunkelblau, dann wird es immer heller über die Höhe. Also das wären typische gute Tage blau und ohne Unterbrüche. Und im Herbst zum Beispiel, ich versuche mal schnell auf die Alpen-Nord-Seite hier zu wechseln, nehmen wir mal Schweiz als Beispiel, haben wir häufig unten Inversionen, dann dazwischen nochmals Inversionen und dann vielleicht drüber eine gute Schicht und so weiter. Und so kann ich lokal sehr genau verstehen, wie das Wetter an dieser Stelle ist. Und gerade wenn ich einen Streckenflug plane von A nach B und in ein anderes Wettersystem komme, weil die Einflüsse Nord-Süd sind oder West-Ost oder was auch immer, kann ich so mit diesem Previtem sehr schnell verstehen, wie es dort entsprechend fliesst. Seit ganz Neuem, das ist seit Dezember, haben wir etwas Neues gemacht und zwar in Vorbereitung für ein Abenteuerrennen für im nächsten Sommer und zwar einen weiteren Finger und zwar einen Previtem-Finger. Diesen Previtem-Finger kann man irgendwo hinziehen und kann dort die Schichtung an diesem Ort feststellen. Und das hat gerade für Talquer oder Passquerungen und so weiter ist das der absolute Hammer, weil ich dort sehen kann, wo ist die Wolkenbasis, habe ich genug Platz, um drüber zu kommen und so weiter oder haben wir irgendwo starken Wind, der aus West oder Ost kommt und so weiter. Und so kann ich wirklich den dort platzieren, innerhalb der gesamten Domain, wo ich gerne möchte. Anklang findet er auch bei Hike-and-Fly-Piloten, weil sie, also vor allem Abenteuer-Piloten, weil sie den irgendwo platzieren können in den Bergen und auch da rechnen wir, wie wir vorher gesehen haben, wieder mit dieser gelben Linie hoch und zeigen den Wind auf dieser Höhe des Startplatzes an. Also so kann man wirklich sehr, sehr einfach, zum Beispiel wenn ich vom Mönch fliegen möchte oder so, kann ich so das Wetter sehr, sehr schnell beurteilen. Auch da wieder drin Schichtung, Wind in allen Formen, eben auch mit diesem Vierdimensionalen, natürlich die Bewölkung etc. Also es ist wirklich eine super, super coole Geschichte. Das ist also die nerdige Geschichte. Ich habe hier versucht, diesen Previtemp und die Previtemp-Finger etwas genauer zu erklären. Dann kommen wir zu den Thermikprognosen. Ein Kernstück von den Berner-Möglichkeiten. Die Thermikprognosen sind die, also die Basis der Thermikprognosen ist regterm, wie bei anderen Portalen auch. Der grosse Unterschied ist allerdings, dass wir sehr signifikant darauf einen eigenen Algorithmus gebaut haben, um zu bewerten, ob der entsprechende Tag und die entsprechende Region wirklich fliegbar ist oder nicht. Weil regterm hat seine eigenen Schwächen und da gibt es viele, die einfach das bestehende regterm in Tabellenform oder sowas darstellen und dann ist es manchmal eben nicht ganz optimal, sagen wir mal. Ich gehe also hier auf die Thermikprognosen und wir haben hier auch einen Farbcode, also quasi auch ähnlich wie vorher. Wir haben hier die verschiedenen Farben. Wir haben Weiss, wenn wir nichts haben. Das kommt euch nicht vor. Dann Rot ist nicht empfohlen zu fliegen. Dann dieses Grau ist Abgleiter oder Soaring. Dann Gelb, regionale Streckenflüge, Grün, da sollte man den Schirm auspacken und Blau, da sollte man wirklich frei machen. Jetzt, man sieht hier auch sehr schön, das sind die Punkte heute, morgen, übermorgen, übermorgen und so weiter. Also so sieht man sehr, sehr schnell, dass die nächsten paar Tage, da kann ich wirklich ohne Probleme für Nachtessen irgendwas ausmachen oder ein Date planen oder irgend sowas. Ich kann hier unten durchklicken, zum Beispiel auf den Mittwoch und kann mal sehen, okay, welche Regionen könnten da gut sein. Für die Fetischisten unter euch, die gerne diese potenziellen Flugdistanzen haben, ich komme dann gleich nochmals darauf zurück, die können einfach etwas rauszoomen, dann kommen die hier. Ich persönlich bin überhaupt nicht Fan von denen und die Erfahrung zeigt, dass die wirklich oft nicht ideal sind, weil sie eben immer Dreiecke rechnen und oftmals fliegen wir auch nur One-Way und dann stimmen sie eben überhaupt nicht. Jetzt gehen wir mal etwas genauer hier rein. Ich gehe mal schnell auf einen Tag und zwar, das ist auch ein neues Geheimfeature. Wir haben hier das ganz neu gemacht, kann man da unten aufs Datum klicken, kann dann irgendeinen Tag wählen, zum Beispiel der 19. Juli, gehe ich mal schnell zurück hier, zum Beispiel hier, 19. Juli, so sieht dann das aus, ein guter Tag, da sieht man Jura in hellblau, Mittland und so weiter gelb und Oberwal ist zum Beispiel wieder hellblau. Man klickt dann da drauf und sieht dann die Bewertung, also ihr habt schon gemerkt, diese Bewertung, die nimmt den Wind mit rein, die Basishöhe, die Feuchte und so weiter, das ist ganz, ganz eine komplexe Form, das sind über 40 Parameter, die wirklich versuchen herauszufinden, ist diese Region wirklich gut oder nicht. Das heisst, diese Farbe hilft euch etwas zu verstehen, sie zeigt auch, wann man etwa beginnen kann mit Thermik fliegen oder wann mit Strecken fliegen, also gelb und grün. Und dann sehen wir unten wieder die Bewölkung, das kennen wir schon, Mickey Mouse eignet, wieder die Höhe mit dem Wind und dann hier die Thermikstärke bewusst in dieser einen Farbe gehalten, dass man sehr schnell sieht, wie stark die Thermik ist. Man kann drüber fahren, man sieht das 3 Meter pro Sekunde zum Beispiel und kann so sehr, sehr schnell verstehen, wie die Schichtung ist. Auch angezeigt natürlich die Inversionen, hier in rosa, das heisst, ich sehe, okay, hier ist es noch etwas stabil, die Stabilität hält sich noch in diesem Bereich, das heisst, effektiv starten würde ich, wenn ich jetzt auf dieser Höhe bin, würde ich hier 11.30 Uhr oder ich gehe eben höher, zum Beispiel auf 2600, 2700 und kann dann in diesen Bereich hier rein starten. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach, finde ich, das zu lesen. Ich möchte euch das Ganze auch mal noch kurz auf dem Handy zeigen, wie das dort aussieht, damit ihr da einen Eindruck kriegt. Ist jetzt natürlich nicht derselbe Tag, aber ich klicke jetzt mal hier drauf. Auch hier sieht man wunderbar, ist wirklich schön dargestellt, sehr, sehr einfach. Ich gehe mal vielleicht auf den Mittuch, da haben wir vielleicht etwas Thermik im Tessin. Genau, auch sehr schwach. Also hier sehe ich sehr, sehr schnell, okay, ich habe zum Beispiel auf 1500 oder sowas, habe ich diese violetten Streifen auf ungefähr dieser Höhe hier. Das heisst, es ist stark invertiert. Wenn ich hier fliegen will, dann muss ich hoch starten, 2000 Meter oder mehr. Ist ganz klar, das wäre dann ein typischer Garitag. Natürlich, Thermik äusserst schwach, aber vielleicht wäre das was, um ein paar Meter Streckenflug zu machen. Also so funktioniert die Thermikprognose und ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Wenn wir uns nun noch etwas genauer damit beschäftigen, weil hier möchte ich euch gerne ein paar Insights geben, kann man da noch unten scrollen und seht hier die spezifischen Hinweise. Wenn unser Algorithmus also herausfindet, dass irgendwas nicht ganz optimal ist, dann sagt er oder gibt Tipps, was man etwas genauer anschauen sollte. Also zum Beispiel hier an diesem Tag sagt, man soll unbedingt die regionalen Windeffekte anschauen, zum Beispiel Föhn, man soll die 10 Meter Karte anschauen und die Böenprognosen zum Beispiel. Also so gibt es quasi dann Tipps von diesem Tool, was sollte man etwas genauer anschauen, damit man hier am richtigen Ort ist und am richtigen Moment unterwegs ist. Ein weiterer Tag, den ich gerne schnell zeigen würde, ist am 14. August. Jetzt hoffe ich, das stimmt. Genau, Graubünden als Beispiel. Hier sieht man sehr, sehr schön diese Inversion. Man sieht auch die stabile Schichtung. Das heisst, wenn ich hier fliegen möchte, die Thermik ist gut, der Wind ist zügig. Also hier sind wir am Limit vom Wind, darum sind es auch orange die Pfeile. Aber wenn ich sage, okay, ab 14 Uhr könnte ich fliegen gehen, dann unbedingt eben hoch starten, zum Beispiel zweieinhalb Tausend und dann den Flug so richtig schön geniessen. In Taten Wahrheit war das ein typischer Tag, wo man eben dann in Richtung in Richtung Fanas geht und dann auf dieser Sauna hochläuft und von dort dann in Richtung Rätikon fliegt. Und dann kann man oben wirklich unglaublich schöne Flüge machen, während wer unten startet, der kommt schlichtweg nicht durch oder es dauert einfach ewig. Also das ist, denke ich, wirklich ganz, ganz wichtig, das gut kurz anzuschauen und dann zu verstehen, was hier los ist. Eine wichtige weitere Thematik ist, jede dieser Regionen, die zugegebenermaßen etwas groß sind, haben Referenzpunkte. Und zwar von dort kommen die entsprechenden Wetterdaten. Und hier ist der Referenzpunkt dann eingezeichnet mit diesen grauen Punkten und somit weiss ich, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier in Altdorf fliegen möchte, dass dieser Referenzpunkt an einem ganz anderen Ort ist. Denkt daran, dieses Regterm wurde ursprünglich entwickelt für Segelflieger. Das heisst, diese Regionen sind natürlich für Segelflieger absolut kein Problem, weil die fliegen da einfach mal durch. Aber für uns sind das natürlich riesige Distanzen. Und somit ist es lohnenswert, zu wissen, wo die Referenzpunkte sind und dann die entsprechende Region zu wählen, wo der Referenzpunkt am nächsten ist. Also manchmal macht es Sinn, zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendeine Windlage haben, Nordwest oder sowas, dass man eben vielleicht die Region nimmt anstatt diese Region und so weiter. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da würde ich einfach auf diese Referenzpunkte kurz achten. Und so wäre es eigentlich schon das gewesen für die Thermikprognosen. Ich denke, und ich hoffe, ihr habt da einen guten Überblick gekriegt, wie man das etwa nutzen könnte. Wie gesagt, jederzeit gerne Fragen im Chat stellen. Super. Und dann kommen wir zum Thema XC-Planung. Auch hier möchte ich wieder in der Burner Map das kurz zeigen. Ich gehe wieder rüber und wähle hier oben die XC-Planung. Und hier gibt es jetzt schon ganz, ganz verschiedene und viele Dinge. Wir haben, oder sage ich mal so, unser Ansatz ist, natürlich, unsere Kunden sind eben typischerweise von Level, sagen wir, 1 bis 7. So, das ist das typische Level. Und meine Erfahrung war, dass immer die Leute immer dieselben Flüge geplant haben. Zum Beispiel das 50-Kilometer-Flug oder 50-Kilometer-Flug vom Vanars nach Klosters oder irgend so was. Das sind immer dieselben Flüge. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, eben diese Flüge auch in Zusammenarbeit mit den lokalen Piloten bereits zur Verfügung zu stellen. Das heisst, man kann hier einfach die entsprechenden Punkte nehmen, die Flüge, die sind schon fix fertig vorbereitet und diese einfach mal genauer anschauen. Ich nehme mal hier einen Flug. Und zwar zeigen wir hier, und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich cool, man sieht hier den Flug. Man kann da auch durchfahren. Man sieht dann diesen blauen Punkt, der da mitfährt. Ich denke, man sieht den oberen Bildschirmrand. Und man sieht dann an jedem Punkt, wie hoch muss man aufdrehen mit der entsprechenden Gleitzahl und um am nächsten Ort mit der entsprechenden Marge wieder anzukommen. Man kann das jederzeit einstellen, zum Beispiel 150 Meter Marge und die Gleitzahl, sagen wir 8 als Beispiel und die Durchschnittsgeschwindigkeit ist 20 als Beispiel. Dann rechnet es das Ganze durch und ich sehe, wie lange ich für diesen Flug habe und an welchem Punkt ich wo bin. Und das finde ich persönlich schon ziemlich, ziemlich cool. Diesen Flug oder diese Flüge kann man einfach herunterladen. Also es ist einfach diese optimale Saison ist beschrieben, Schlüsselstellen. Es gibt oft bei diesen Flügen ganz viele Details, wann oder welche schwierigen Punkte es gibt darin und so weiter. Dann kann man das einfach herunterladen für sein Gerät, auch XZ-Track natürlich, und dann hat man den direkt zur Verfügung. Man kann auch selbst planen mit dem Planer. Das kennt ihr, denke ich, wie das funktioniert. Einfach auf irgendeinen Punkt klicken, kann dann hier das etwas verschieben, wenn man das möchte und auch genau dieselben Dinge einstellen, die ich vorher euch gezeigt habe, mit der Höhe und so weiter. Es macht natürlich Sinn, denke ich, solche Dinge effektiv am PC zu machen und vielleicht am Handy nur noch kleine Schüstagen zu machen oder eben den Download auf das XZ-Track oder was auch immer zum Beispiel. Und das richtig Coole ist natürlich jetzt, dass wir hier diese Flugplanung machen können und irgendwelche Ebenen dazuschalten können. Also zum Beispiel Talwinde. Wenn ich also sehen möchte, okay, ich möchte von hier nach hier nach hier fliegen zum Beispiel, dann sehe ich, okay, der Talwind läuft hier dagegen, also ist es vielleicht besser, das andersrum zu fliegen. Wir haben auch eingezeichnet mit Schlüsselstellen. Das sind hunderte von Schlüsselstellen eingezeichnet. Das sind diese orangenen Pfeile. Ich gehe vielleicht schnell zurück ins Wallis. Hier diese orangenen Pfeile, zum Beispiel, wie komme ich von der Riederhalb in Richtung hier rüber, Richtung Brick quasi. Wie soll ich da fliegen? Welche Ecke soll ich anfliegen? Das hat oft auch Hinweistexte dazu, also wo das der Thermikanschluss gelingt oder auch Schlüsselstellen ansonsten. Wie hoch muss ich losfliegen, um das entsprechend zu erreichen? Weil unser Ziel ist, dass möglichst viele Leute möglichst happy einen Flug haben und möglichst happy natürlich landen. Und so haben wir einerseits diese vorgeplanten Flüge. Man kann Flüge selber zeichnen mit den entsprechenden Ebenen. Außer im Hintergrund seht ihr zum Beispiel auch die KK7-Karten. Natürlich kann man da einfach reinzoomen und die auch wirklich, die verschwinden auch nicht. Man kann hier die Saison wählen. Man kann sagen, okay, ich möchte am Vormittag beginnen oder ich möchte vor allem hier im Frühling oder so unterwegs sein. Da kann man praktisch alles einstellen, genau so wie man es braucht, diese Saison, wo man das erwartet und dann entsprechend sich das wirklich sauber zusammenstellen und das durchplanen. Dann eben im Zusammenhang mit Talwinden und so weiter, denke ich, gibt es wirklich ein tolles Planungstool. Ich gehe schnell zurück auf die Folien. Wir haben also hier eben dieses Planungstool, wir haben die Schlüsselstellen, wir haben die KK7-Karten oder irgendwelche Karten oder irgendwelche Ebenen, die wir vorher angeschaut haben. Ich habe hier noch einige Dinge drin, die ich gerne zeigen möchte, die zusätzlich sind. Die sind ziemlich cool, finde ich, für Streckenflieger. Und zwar, wenn ich zum Beispiel hier mal, ich nehme mal Belalp als Beispiel, draufklicke als Startplatz und dann hier kann ich direkt X-Contest wählen ab diesem Startplatz. Da muss ich typischerweise mich anmelden, wenn ich das nicht schon bin und sehe hier, das hat mit Bernanix zu tun, aber sehe hier die entsprechenden Flüge in X-Contest. Dann kann ich die aufmachen, das kennt ihr, ganz normal. Und dann kann ich oben, ich wechsle kurz hier in den Modus, kann ich diese Flüge ja runterladen. Ich denke, das kennt ihr auch sehr, sehr gut, wenn es dann nicht gerade zu langsam ist. Die IGC-Dateien mal runterladen. So. Jetzt habe ich mal drei Flüge runtergeladen. Und jetzt kann ich diese Flüge, kann ich die einfach anzeigen im Ordner. Ich kann die nehmen, ich schiebe das schnell auf die andere Seite und kann das hier auf die Burnham-App ziehen. Und jetzt habe ich hier die entsprechenden Flüge, ich nehme mal noch die XC kurz weg, das ist etwas viel jetzt gerade, kann ich hier diese Flüge, die da gemacht wurden, so analysieren. Ich sehe, okay, die wurden hier gestartet. Dann sind sie zum Beispiel darüber geflogen, haben hier aufgedreht und so weiter. Man sieht die Thermikpunkte schön. Und jetzt habe ich diese drei Flüge, habe ich direkt hier drin und kann so meinen Streckenflug planen. Ich sehe auch, wo es starke Sinkzonen gegeben hat oder gutes Steigen und so weiter und kann so meinen Flug wunderbar planen. Also das einfach IGC-Dateien rüberziehen und in 2D anschauen. Ist also wirklich super einfach. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich schon Flüge geplant habe, zum Beispiel auf einem dieser Portale, FlyXC oder Thermix, dann kann ich einfach die GPX-Waypoints oder dieses 1.GPX runterladen, das auch per Drag & Drop auf die Burnham-App ziehen und dann erstellt es diesen Streckenflug in der Burnham-App und dann habe ich den direkt dort drin mit allen Funktionen, die ich vorher gezeigt habe. Und jetzt kommt was wirklich Tolles. Da habe ich jetzt extra für die aufbewahrt, die noch dabei sind. Und zwar etwas, was wir noch nicht kommuniziert haben, etwas ganz Neues und ich denke, ist für die Streckenflieger sehr, sehr relevant. Und zwar lancieren wir heute eine neue Funktion. Und zwar die sogenannten 4D-Streckenprognosen. Ich wechsle kurz rüber in die Burnham-App. Ich kann diesen XC-Flug, den ich selbst geplant habe oder der durch uns geplant wurde, öffnen. Das haben wir schon gesehen. Und neu habe ich hier ein ganz unscheinbares Häkchen. Ich kann hier die 4D-Streckenflugprognosen machen. Dann lädt es die Streckenflug, also die Prognosen für diesen Streckenflug an diesem Datum zu dieser Uhrzeit entlang dieses Pfades. Und das ist aus meiner Sicht wirklich, wirklich genial. Und eigentlich ist es nicht 4D, sondern 5D und ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Also wir haben so die einfache Möglichkeit, einfach irgendeinen Streckenflug zu nehmen und zu schauen, bei welchem Tag funktioniert er. Also ich kann hier einfach auf den entsprechenden Tag klicken, kann dann schauen und kann sagen, ah, es ist zu bewölkt. Donnerstag, ah, immer noch zu viel Regen. Schlechte Woche. Und so weiter. Und so kann ich das wirklich sehr, sehr einfach den gesamten Wetterverlauf entlang der Route, entlang der Zeit anschauen. Wirklich der Hammer. Ihr seht, ich bin begeistert. Ich wechsle schnell hier zurück. Wir haben also die Route. Die Route, ihr seht, in gelb eingezeichnet. Das ist eine ganz einfache, kurze Route in Marbach. Ich habe es da umklein, einfach damit man es versteht. Dann haben wir die roten Punkte. Also wir fahren hier entlang dieses, oder fliegen entlang dieser Route. Dann nehmen wir die entsprechenden Referenzpunkte entlang der XY-Achse, aber auch Z und Zeit. Das wären schon 4D. Hier. Und dann schauen wir, dank dem 4D-Effekt quasi, also den wir vorher gesagt haben, mit dem magischen Auge, schauen wir auch die gesamte Umgebung noch an des Fluges und haben so auf einen Blick den gesamten Streckenflug inklusive des kompletten Gefahrenpotenzials drin. Und das heisst, ich kann so sehr, sehr einfach einen geplanten Streckenflug anschauen, ob der möglich ist oder nicht. Also ich gehe nochmals kurz zurück. Ihr seht sofort, ihr braucht kein Doktorstudium oder was auch immer. Ihr seht sofort, ist das realistisch, diesen Flug da zu machen oder nicht. Nein, es hat zu viel Wind. Nein, es hat zu viele Wolken. Was auch immer. Und an normalen Tagen, wo es jetzt nicht gerade so das Wetter drüber zieht wie heute, sieht man wunderschön, wie diese Flurgräben funktionieren, weil wir wirklich dann den Wind von der richtigen Seite haben oder nicht zu stark oder die Wolken noch drüber und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich ziemlich groundbreaking. Das ist also das eine. Dann haben wir die Möglichkeit, natürlich wettertechnische Schlüsselstellen zu erkennen. Wenn ich nämlich hier drauf bin und sage, okay, wir haben hier, in dieser Stelle haben wir wohl viel Wolken, dann kann man hier auf die Nummer 3 klicken. Es zoomt direkt dahin. Und wenn ich jetzt das richtig cool mache, dann kann ich jetzt sagen, ich nehme mal schön die Flüge weg, übrigens einfach mit Doppelklicken. Ich mache die XC nochmals rein. So. Und zum Beispiel das Wetter. Zum Beispiel 250 Meter Wind. Und jetzt wähle ich hier diesen Flug, zum Beispiel Rundtour Fisch. Und gehe hier auf zum Beispiel hier 7. Dann zoomt es rein. Es stellt die Uhrzeit auf den richtigen Moment ein. Und so sehe ich, wie ist der Wind an dieser Stelle zu der Uhrzeit, wo ich da durchfliegen werde. Natürlich in Abhängigkeit von eurer Startzeit, in Abhängigkeit von eurem Durchschnitt. Und natürlich ist es nicht perfekt. Das ist klar. Weil vielleicht fliegt ihr an 16 kmh oder 12 oder was auch immer. Aber es gibt euch einen unglaublich schönen Überblick, was da genau passiert. Und so habt ihr dann auch die Möglichkeit, eben dieses Wetter im Tagesgang entlang dieser Strecke zu sehen. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich eine ganz coole Geschichte. Und die lancieren wir eigentlich heute beziehungsweise morgen dann entsprechend. Jetzt habe ich noch zwei Fragen gekriegt. Ist es geplant, die Rekttermregion weiter aufzuteilen? Es ist so, dass natürlich wir permanent in der Entwicklung sind. Und was ich sagen kann, ist, dass es bekannt ist, dass diese Rekttermregionen etwas groß sind. Und wie sich das weiterentwickelt, das werden wir im Verlauf des Jahres, denke ich, sehen. Die nächste Frage ist, gibt es ein Dreiecksschließsektor-Anzeige? Nein, aktuell gibt es das nicht. Es ist uns, wie soll ich sagen, wir sind nicht so stark fokussiert auf Punkte, sondern wir sind fokussiert auf schöne Flüge. Und ob das jetzt ein genaues Dreieck ist oder nicht, ist für uns nicht so relevant. Es ist allerdings auf der To-Do-Liste. Wann das wir ins Projekt reinnehmen, ist noch nicht klar. Aber im Moment gibt es das nicht. Und dann kommen wir schon etwas weiter. Und zwar so in die letzten Punkte. Das Live-Tracking. Wir haben 2022 entschieden, das Live-Tracking komplett kostenlos quasi zur Verfügung zu stellen für alle. Ich habe das vorhin schon gezeigt. Einfach auf den Standort klicken, Live-Tracking einschalten. Es ist wirklich einfach. Im Live-Tracking, Burner ist übrigens mittlerweile das grösste Live-Tracking-Portal für Gleitschirme der Welt, seht ihr die verschiedenen Gleitschirme, die Farbe der Gleitschirme, entsprechend den Steigwerten. Also werden sie rot, steigt stark, werden sie dunkelblau, sinkt und so weiter. Man kann die Tracks sehen. Das heisst, jederzeit kann man auf einen Punkt klicken oder auf ein Target, wie wir das nennen, auf einen Gleitschirm und sieht dann die Strecke, die er geflogen oder die sie geflogen ist. Im Moment ist es natürlich relativ düster, aber hier kann man dann die entsprechenden Tracks hinten dran sehen und so weiter. Man sieht übrigens, wie man es hier gerade sieht, auch die Rettungshelikopter, direkt rega im Einsatz. Dann weiss ich auch, wo die sich rumbewegen. Man kann auch, wenn man Premium-Mitglied ist, kann man Gruppen erstellen und diese Gruppen dann, Leute können kostenlos den Gruppen quasi beitreten. Sie können sie nicht selbst erstellen, wenn sie kein Abo ab beitreten können. Und das ist richtig cool, weil dann kann man verschiedene Leute in eine Gruppe nehmen, kann alle anderen ausblenden, man sieht dann nur noch seine Gruppe. Man kann auch dann innerhalb dieser Gruppen, wir nennen das diese Schwänzchen, anzeigen hier. Und dann hat jeder Pilot und jeder Pilot innerhalb von den letzten, also man sieht quasi den Flugpfad der letzten 20 Minuten von seinen Freunden oder von seiner Gruppe. Also wirklich ganz viele coole Dinge. Auch für Abenteuerrennen und so wurde das schon sehr, sehr häufig angewendet, damit man wirklich sieht, wo sind die Supporter, wo ist gerade das Fahrzeug und so weiter. Natürlich, wenn ihr ein Flam- oder Farnet-Gerät habt, werdet ihr auch in der Burner-Map erscheinen. Ihr könnt dann das Gerät in euer Profil hinzufügen, unter meine Geräte und dann seht ihr auch ein entsprechendes Flugbuch hier. Hier Monatsstatistik oder eben die Flüge entsprechend und könnt so eure Flüge etwas anschauen. Dann eine ganz wichtige Geschichte. Noch, das hat mit Burner wenig zu tun. Wenn wir hier drauf gehen, ich gehe schnell hier zurück. Ein ganz wichtiger Punkt ist das da unten. Auf der anderen Seite von ganz vielen Leuten ist das Flam abgelaufen. Wir sehen, das sind hunderte von Personen, vor allem XZ-Tracer, aber auch gewisse Skytracks-Kunden. Da ist das Flam abgelaufen, wenn das Flam nicht mehr aktuell ist, sendet es nicht mehr, somit keine Kollisionserkennung mehr und vor allem auch im Notfall, man kann euch nicht finden, weil Flam sendet dann nicht, wenn es nicht abgedatet ist. Also darum, die Bitte, macht das Flam-Update. Dann kommen wir noch zu den Live-Freunden. Das ist ein kleines Thema. Man kann sich Freunde hinzufügen, man kann den Status wechseln, das zeige ich nochmals kurz auf dem Handy, also hier draufklicken. Man kann dann sagen, zum Beispiel hier jetzt, man ist gut gelandet als Beispiel, kann dann E-Mails versenden, werden automatisch versendet, an die Angehörigen, wenn man gut gelandet ist und so weiter. Und wichtig zu wissen, das ist nicht einfach ein Spass, sondern wir hatten 2022, also letztes Jahr, hatten wir über 20 Einsätze in Zusammenarbeit mit Rega, Polizei, Rettungsflugwacht und so weiter, auch international. Und immer, wenn wir Live-Tracking hatten, ging es schnell. Wenn nicht, war es zum Teil Tage und Wochen, wo wir die Leute gesucht haben. Und da ist mir echt ein Anliegen, wenn ihr fliegt, dann bitte mit Live-Tracking, auch wenn es nur der Hausberg ist, und beim Wahl der Live-Tracking-Dienste ist halt einfach immer die Frage, kann man das Portal kontaktieren? Also gibt es eine Telefonnummer, wo man anrufen kann, wen was ist, wenn man wen vermisst? Und da gibt es halt viele Portale, wo man das nicht kann und ich glaube, gerade in der Zusammenarbeit jetzt mit Rega oder was auch immer, ist das wichtig, dass man da einen guten Austausch hat. Marc hat noch zwei Fragen gestellt. Warum zeigt es Freunde nicht mehr prioritär an? Ja, das hast du sehr gut bemerkt. Es ist so, dass wir im Moment in einer grossen Umstellung sind für das Live-Tracking. Wir machen uns da bereit für die nächste grosse Saison. Das hat ganz viele Umbauten zur Folge und eine davon ist, dass temporär jetzt das etwas suboptimaler läuft. Auch das Thema mit dem Schwänzchen ist genau dasselbe. Es läuft nicht ganz perfekt im Moment, aber es läuft, aber nicht perfekt. Und ich denke, wir sind jetzt im Umbau für die nächste Saison. Das ist jetzt einfach im Moment mit dem schlechten Wetter und müssen wir das nutzen, um das so umzubauen. Dann kommen wir schon in Richtung Ende. Ich möchte euch hier noch die Burn-A-Go-App ans Herz legen. Wir haben nämlich festgestellt, dass immer mehr Leute mit der Burn-A-Map-App fliegen. Und die Burn-A-Map-App ist natürlich nicht perfekt zum Fliegen. Zum Teil sind die Texte zu klein, zum Teil hat es zu viele Infos, die Karte dreht nicht und so weiter. Und da haben wir Anfang letzter Saison einen ersten Alpha-Test oder einen Podtyp von der Burn-A-Go-App released und das ausgewählten Kunden zur Verfügung gestellt. Mittlerweile ist sie in Public Beta und die Karte ist nicht irgendwie zu vergleichen mit XC-Track. Bei XC-Track kann man unglaublich viel konfigurieren und bei dieser App kann man nichts konfigurieren. Es ist einfach eine App, die macht man auf und fliegt los und es ist alles, was man braucht, da. Also man muss nichts irgendwie Karten oder irgendwas konfigurieren, es ist einfach alles da. Ich möchte euch da ein paar Screenshots zeigen, das sind ganz viele. Man sieht oben links Thermikassistent, man sieht die Live-Wind-Werte in der nächsten Fold, also nächsten Screenshot, man sieht die Kabel und Lehgebiete in diesem Bereich, man sieht die Talwinde, Talwindsysteme, überfliessende Bereiche und so weiter, man sieht die Lufträume in diesem Bereich, Spezialvereinbarungen hier, Notdamm hier drin, dann Umweltzonen, Landeplätze mit Landewolten, Gleitzahl zum Landeplatz, Distanz zum Landeplatz, dann das Live-Tracking und zu guter Letzt noch, da muss ich mich schnell wegblenden, Freunde, wo man sieht, wo sind die jetzt gerade durchgeflogen, wie hoch ist der, wo hat es Live-Thermik, das sieht man auch hier drüben, wirklich live, wo ist jetzt gerade die Thermik, wirklich eine geniale Sache, also ich persönlich und alle die Kunden, die das nutzen, die lieben das, weil sie einfach das auf ihrem Tablet aufmachen und dann losfliegen. Dann kommen wir zum letzten Punkt, und zwar Debriefing, auch das aus meiner Sicht, eine ganz wichtige Geschichte beim Thema Streckenfliegen, und da bieten wir einige Tools an, Einerseits habe ich euch das schon gezeigt mit dem IGC-Viewer, dann haben wir eine weitere Sache, ist hier eben, habe ich auch schon kurz erklärt mit dem Thema Flugbuch, ich nehme hier mal einen Flug, und zwar, ich suche mal schnell, zum Beispiel Sasauna, wunderschöner Flug, kann man einfach dann draufklicken, das war jetzt mit der Burnair Map App getrackt, oder auch XC Tracer wäre unten und so weiter, da sieht man hier den Flug bei der Sasauna, und das Coole ist, man sieht natürlich hier die Farben, und die Farben entsprechen den Steigwerten, also wirklich, wirklich sehr einfach, man sieht hier konnte man ziemlich mit guter Gleitzer rüberfliegen, dann sieht man, wie man hier zentriert hat, und man erkennt natürlich auch, wo die Thermik war, weil eben diese Tracks so schön farbig eingezeichnet sind, je blauer desto mehr sinken, je roter desto stärker das Steigen. Und seit letztem Jahr auch, kann man das Ganze auch in 3D anschauen, kann man hier einfach auf 3D klicken, dann wird das geladen, und dann kann man diesen Flug in 3D anschauen, auch mit derselben genialen Farbwahl, wo man die Steigwerte sieht, also auch hier wieder, das war so ein wirklich, dieser Herbsttag, den ich vorhin erklärt habe, mit dem Aufdrehen, dann hier hinten Aufdrehen, und man kann wirklich sehr schön sehen, hat man gut zentriert oder nicht, und kann sehr eine schöne Analyse machen. Auch hier kann man natürlich mehrere Flüge reinladen in dieses Tool, und dann die vergleichen. Im Moment zumindest kann man nicht abspielen, ist jetzt auch nicht auf der Planung, sondern es ist wirklich ein tolles Debriefing-Tool, oder eine Möglichkeit, um das Ganze, oder die Flüge etwas genauer anzuschauen. Und so kommen wir schon zum Ende, und zwar ein kleiner Ausblick, wohin sich das Ganze noch bewegen wird. Wir sind jetzt in der Mitte der Entwicklungssaison, wir fahren normalerweise die Entwicklung etwas runter im Sommer, weil dann halt sehr viel läuft auf der Karte, dann ist es relativ gefährlich, irgendwas auszurollen. Das heisst, die Hauptentwicklungszeit ist jetzt. Und da gibt es ganz verschiedene Dinge, wir arbeiten eng mit ganz vielen Teams zusammen, welche in Hike-and-Fly-Abenteurerinnen mitmachen werden, da gibt es einige Themen. Wir sind sicher sehr engagiert, eben auch im Bereich Thermik, im Bereich der Live-Tracking-Geschichten, und so weiter, also da läuft sehr, sehr viel. Und generell glaube ich schon, dass die Vernetzung massiv zunimmt. Ich persönlich arbeite auch in diesem Bereich, ich mache viel Guiding und so weiter, und ich nutze diese Tools ganz aktiv, um mit meinen Kundinnen und Kunden zu fliegen, zu sehen, wo sie sind, wo sie steigen. Ich kann ihnen über Funk oder auch über andere Tools, über Handy oder was, sagen, okay, fliege noch ein bisschen weiter, da steigt es, etc. Und ich persönlich bin richtig Fan vom Teamfliegen geworden, also nicht einfach alleine für sich irgendwo hinzubretten, sondern wirklich zusammen zu fliegen, und das ist natürlich mit solchen digitalen Möglichkeiten wirklich, wirklich cool geworden. Es ist auch cool zu sehen, okay, kann ich überhaupt morgen fliegen gehen oder nicht? Lohnt sich das oder nicht? Es ist einfach aus meiner Sicht deutlich einfacher geworden und es wird auch, wir arbeiten da extrem daran, dass man wirklich das noch einfacher macht und auch sicherer damit. Und ich glaube am Schluss, wenn wir wirklich viele lachende Gesichter haben am Ende des Tages, das ist wirklich ein ganz tolles Lob für uns. Wir freuen uns natürlich über Fragen, auch jetzt bin ich gerne happy, wenn ihr noch Fragen im Chat habt, wir haben sicher noch Zeit, um eine oder andere Frage anzugehen. Auch Ideen, wenn ihr tolle Ideen habt, gerne melden, support.burnapp.cloud Wenn es die Idee des Jahres ist, dann machen wir natürlich auch irgendwas dafür, da gibt es sicher Möglichkeiten. Wir sind einige Ideen am Suchen auch noch, es gibt Bereiche, wo wir noch nicht perfekt unterwegs sind, da suchen wir noch Ideen, also darum einfach mal melden. Ein Hinweis noch auf Burnout.tv, Burnout.tv, da gibt es ganz viele Videos, die das Ganze erklären, in Details oder in bestimmten Bereichen, Thermik, Prognose etc. oder auch Live-Tracking usw. wird da alles wirklich erklärt, dass mir möglichst viele Infos da zur Verfügung stehen. Dann auch das Burnout Help Center soll nicht fehlen, help.burnout.cloud werden ganz, ganz viele Dinge erklärt, wenn ihr zum Beispiel nochmals wissen wollt, okay, wann laufen die Wetterläufe, wann soll ich mein Briefing machen oder welche Farben gibt es in den Windpfeilen usw. Das ist dort alles sehr, sehr sauber und professionell erklärt. Und somit wäre ich jetzt noch, würde ich noch zur Verfügung stehen für Fragen. und falls es dann keine Fragen mehr hat, dann möchte ich mich jetzt schon herzlich bedanken und euch jederzeit natürlich Happy Landings wünschen.